So, und dann mal ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, im heutigen Video gibt es mal wieder ein gutes, altes Unboxing. Hatten wir ja schon länger nicht, drei Wochen, aber gut, ich habe ja auch einiges an Zeug bestellt. Und hier ist jetzt heute tatsächlich nur eine Münze drin, aber ich habe tatsächlich heute auch noch eine Münze persönlich kaufen können. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wir die uns auch gleich noch ansehen, hören, was auch immer. Und ja, wird auf jeden Fall bestimmt interessant. Und natürlich sehen wir uns auch wie immer die Preise an. Und wir sehen uns natürlich auch immer das an, was heute so, naja, was nicht heute, aber was prinzipiell gerade so Neues an Gold- und Silbermünzen rausgekommen ist. Das ist nämlich heute auch relativ interessant, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen auch gleich mal mit der ganzen Geschichte an und sehen uns mal die Preise an. Da blende ich euch zuerst mal hier Silber ein. Sind wir jetzt wieder bei so 21,70 Euro so um den Dreh, 21,75 Euro oder sowas. Und ja, ist heute wieder ein bisschen hochgegangen. Jetzt ist es gerade wieder am Fallen. Könnte sein, dass es schon wieder total unten ist, wenn ihr das Video dann morgen seht. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann. Und ansonsten kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, also als ich die Münzen jetzt gekauft hatte, die neue Bestellung, die ich im letzten Video euch gezeigt habe, da war der Silbermünzen, also habe ich gekauft für einen Preis von 21,65 Euro. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja, war ein ziemlicher Tiefspreis an dem Tag und auch seit Längerem schon wieder ein ziemlicher Tiefspreis. Und deswegen war das auch auf jeden Fall okay. Okay, heute dann tatsächlich wieder ein bisschen gestiegen, aber ja, jetzt nicht dramatisch. Also ist noch in Ordnung. Ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen länger gewartet, aber wir haben natürlich viele Münzen da drin, die man vermutlich in ein paar Wochen beziehungsweise vielleicht auch Tagen nicht mehr bekommen wird. Und deswegen muss man da immer relativ schnell dann zuschlagen, weil es die Münzen dann natürlich auch irgendwann nicht mehr gibt. Ist ein bisschen doof, aber ist letztendlich so, wie es ist. Ein paar von den Münzen waren schon mehrfach ausverkauft und ich habe sie dann eben noch bei anderen Händlern bekommen. Aber letztendlich ist in Ordnung. Ja, beim Goldpreis seht ihr jetzt hier, heute auch wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, sieht ganz ähnlich aus wie beim Silber, aber eben natürlich nicht so extrem, weil Gold hat ja prinzipiell immer eine relativ geringe Volatilität im Vergleich zu Silber. Deswegen heute auch nicht so extrem gestiegen. Aber ist in Ordnung, wir bewegen uns jetzt auf die 1.500 Euro wieder zu. Ich hatte ja gesagt, wenn es noch mal ein bisschen weiter fällt, würde ich auf jeden Fall auch noch mal Gold kaufen. Aber weiß nicht, aktuell, ich hatte ja erst vor ein paar Monaten relativ viel gekauft und deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei Silber. Da habe ich mehr Material, was ich hier auch für einen Kanal verwenden kann. Ihr kennt ja das alte Spiel und deswegen ist das für mich ein bisschen praktischer. Auch wenn es natürlich so ist, dass Gold und Sibber beide relativ hoch sind, jetzt gerade historisch gesehen. Natürlich ohne Inflation, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Aber letztendlich ist es eben trotzdem so, dass ich die Sachen für den Kanal brauche. Und deswegen, Leute, braucht ihr euch jetzt auch nicht aufzuregen, wenn ich jetzt weiter Sachen kaufe. Ja, weil es ist eben nun mal so. Ich möchte jetzt natürlich auch manche Sachen einfach weiter sammeln. Es hat ja mit dem Silber und dem Goldwert nichts zu tun und deswegen, ja, an dieser Stelle das auch noch mal gesagt. Ich würde sagen, wir machen auch gleich weiter mit den Münzen, die nur rausgekommen sind. Da habe ich euch einmal diese Münze hier mitgebracht. Das ist ein Maple Leaf, aber es ist kein normales Maple Leaf, wie ihr bestimmt schon erkennen könnt. Das ist ein Maple Leaf, was sich sowas wie Inclused Maple Leaf oder Inclusion Maple Leaf oder irgendwie sowas nennt. Und ihr seht, das ist so sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, irgendwie so sehr tief reingestanzt, das Leaf an sich vom Maple Leaf. Und ich finde, es sieht cool aus. Ich kann mir nicht wirklich so richtig vorstellen, wie die Münze letztendlich auch wirklich aussehen wird. Ob die dann breiter, also dicker ist als ein normales Maple Leaf oder irgendwie größer. Weil es ist ja so, da ist ja jetzt ein ordentliches Stück rausgestanzt. Das muss ja irgendwo dran sein, weil es ist eine Unze. Ja, die Münze ist eine Unze schwer, kostet allerdings auch 180 Euro. Deswegen ist es schon ganz schön teuer mit einer Auflage von 6.000. Weiß ich jetzt nicht. Wurde ich ganz ehrlich sagen. Sei jetzt mal so dahingestellt, ob es das tatsächlich wert ist. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, sehr schön. Auch sehr schön die Gold-Variante hier. Gefällt mir fast noch besser, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich wirklich noch besser, muss ich sagen. Aber wie gesagt, relativ teuer. Ja, ich glaube, die Gold-Variante kostet auch extrem viel. Ich meine, irgendwie 8.000 Euro oder so hätte ich die jetzt gesehen. Kann man vielleicht auch irgendwo günstiger bekommen, keine Ahnung. Aber das ist natürlich schon eine ordentliche Summe für eine einzige Unze. Ja, muss man sich überlegen. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es immer interessant, wenn sowas Neues mal rauskommt, was man noch gar nicht vorher gesehen hat. Also zumindest ich habe sowas vorher noch nicht gesehen. Aber gut, ich bin gespannt. Ja, wie sich die vielleicht auch so preislich entwickeln. Holen werde ich die mir vermutlich nicht. Weil wie gesagt, ist ziemlich teuer. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Für eine Unze, ja, nee, eher nicht. Aber letztendlich trotzdem ziemlich schön, finde ich. Dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt hier an mit dem guten alten Paket. Und machen das hier auf. Ich weiß gar nicht, ob das ein Paket ist, was man aufziehen muss. Oder ob das nur zugeklebt ist. Aber ich denke mal, das werden wir dann gleich sehen. Das ist wohl beides. Aber das ist ja lustig. Oh, wie soll das denn funktionieren? Okay, ähm, ich weiß, wisst ihr was? Ich schnatt das jetzt einfach hier oben einfach mal durch. So, dann dürfte das eigentlich auch funktionieren. Ja, sehr gut. Interesting. Also, ist auf jeden Fall eine interessante Verpackung. Ja, ich weiß, ich habe das Paket jetzt damit zerstört. Ich weiß, das kann man nicht mehr benutzen vermutlich. Aber ganz ehrlich, wie soll ich denn das da abreißen? Das ist ja komplett zugeklebt. Hä? Ja, nein, eher nicht. Also, gut. Lassen wir jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall schön mit Recyclingpapier ausgekleidet. Und der Karton an sich auch. Das hört, sieht man doch immer, immer sehr gerne. Hier haben wir ein paar schöne Gummibärchen. Und dann würde ich sagen, haben wir hier auch natürlich unsere Münze. Das ist ja ganz klar. Da drin ist auch noch eine Rechnung. Die gucken wir uns jetzt mal nicht an. Und ja, die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon, was das hier ist, weil ich von der Münze die auch schon mehrmals erzählt habe und weil ich die auch schon in einem Unboxing-Video, äh, in einem Unboxing-Video, in einem Video mit erwähnt habe, dass ich die mit dir auf jeden Fall holen möchte. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier auch mal auf. Sieht schon mal sehr cool aus. Kann man sich nicht beschweren. Auch, ich finde, diese Boxen von der Perfman sind wirklich einfach nur super klasse von der Qualität her, muss man ganz klar so sagen. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze hier jetzt auch mal auf. Hier haben wir auch schon diese kleine Broschüre mit allen möglichen Daten zu der Münze. Na? Kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr schon mal solche Münzen gekauft habt. Ähm, ist ja ganz nett, das dabei zu haben, aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auch direkt die Münze an. Ja, das hier, wer es noch nicht erkannt hat, ist die 2 Unzen High Relief-Version vom Australian Wedge-Tailed Eagle aus dem Jahr 2021. Was meine persönliche absolute Lieblingsmünze war, ist und wird wahrscheinlich auch immer sein. Und, ähm, wirklich absolut super schön. Ja, wirklich absolut super schön. Ich kann wirklich nicht sagen, wie wert diese Münze die... Ich weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt? Können wir mal gerade gucken. Äh, 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 140 Euro. Na, guck an. Na, ist schon ganz schön viel. Äh, mit Versandkosten natürlich. Aber, äh, letztendlich würde ich ganz ehrlich sagen, dass das die 140 Euro waren, die mir in letzter Zeit am meisten das wert gewesen sind. Weil die Münze ist einfach toll. Ja, ich weiß, viele von euch, äh, mögen vielleicht andere Münzen lieber. Aber für mich ist das eben die Münze. Und, äh, deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, dass ich die auch tatsächlich habe. Wir holen die jetzt auch mal... Oh, nein. Alles klar, nachdem ich mir kurz den Schreck des Monats abgeholt habe, weil die Kapsel nicht zu war und die einfach nur hier drauf lag. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding nicht anlaufen wird. Das wäre wirklich Karma, oder? Ganz ehrlich, wenn wir mit dem Anlauf-Experiment nicht einen einzigen Milchfleck da drauf bekommen und diese Münze jetzt anlaufen würde. Deswegen, das wäre schon echt wow. Aber hoffen wir es mal nicht. Und wir holen jetzt die Münze noch mal hier raus, um uns die noch mal genau anzugucken. Ähm, ich glaube, man sieht das auf der Kamera wirklich gar nicht so richtig. Aber es sieht einfach nur klasse aus, ja? Für mich persönlich finde ich so, ne? Ähm, wirklich eine superschöne Münze. Man sieht das gar nicht so sehr, wie tief das High Relief tatsächlich hier bei der Münze ist. Aber ich versichere euch, man kann es schon als Schüssel ähnlich beschreiben. Superschön. Ja, kann man wirklich sich überhaupt nicht in irgendeiner Form beschweren. Wie gesagt, sowieso meine absolute Lieblingsmünze. Ich wünsche, ich hätte die 10 Unzen-Variante bekommen. Habe ich nicht. Ja, und, äh, gut, kann man nichts machen. Oder war das 5 Unzen? Ich glaube, es waren 5 Unzen. Ähm, aber die war wirklich überall schon überall superschnell ausverkauft und hat sowieso irgendwie 400 Euro gekostet. Äh, deswegen habe ich da mal gesagt, ähm, nehmen wir mal lieber die hier. Weil die reicht auch, sieht fast genauso aus, ist halt ein bisschen kleiner, ne? Und wird hoffentlich keine Flecken bekommen. Aber, würde ich sagen, super, super schöne Münze. Kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Ähm, wie gesagt, in dieser kleinen Box hier kam die ganze Münze hier auch an. Das ist auch super schön gemacht hier. Muss man ganz klar so sagen. Äh, die wandert auch hier jetzt wieder rein. Würde ich mal so, ach ja. Ja, aber erstmal natürlich kommt hier die Verpackung wieder drauf, ist ja ganz klar. Nicht, dass uns das ganze Zeug hier verloren geht. Das wäre ja auch, ähm, auch nicht so klasse. Und, äh, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem kleinen Mini-Unboxing. Es kommen demnächst noch auf jeden Fall größere Unboxings. Wie gesagt, ich habe ja einige sein Zeug bestellt. Äh, stehen ja jetzt immer noch zwei Bestellungen aus, glaube ich. Hoffe ich. Ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt da nicht zu sehr vertan. Aber ich meine, es müssten zwei Bestellungen sein. Wird interessant. Ja, können wir uns nicht beschweren. Und, ähm, leider kann ich euch zum Silber-Anlauf-Experiment jetzt wieder heute kein Update geben. Weil, ihr seht ja schon, äh, ich bin wieder hier an diesem anderen Ort. Und, ähm, ja, gibt's halt nicht. Kann ich nicht ändern. Äh, Kupfer sieht sehr gut aus. Hab jetzt wieder von, von einer, ähm, von so einer, wie nennt man das eigentlich? So einer Abrissstätte. Wahrscheinlich nennt man das. Äh, ein Haufen Kabel gratis bekommen. Ähm, wird jetzt die nächsten Tage vermutlich, ich würde mal sagen, wir sind so vermutlich zehn Kilo Kupfer nochmal zusätzlich. Kann man sich nicht beschweren. Ja, Kupferpreis, ähm, ist relativ stabil. Ihr wisst ja, Kupfer ist nie sonderlich stabil gewesen. Aber für Kupfer ist es in Ordnung aktuell. Ähm, fällt immer wieder ein bisschen, steigt dann wieder ein bisschen. Ähm, und das lässt sich ganz gut an Nutzen. Bin ich auf jeden Fall super zufrieden mit. Viel zufriedener bin ich natürlich mit dieser Münze hier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der Münze? Ich finde sie klasse. Ähm, ja. Gerne auch natürlich alles mögliche andere Anfragen und so weiter und so fort. In die Kommentare beantworte ich alles sehr, sehr gerne. Natürlich auch super gerne das Video bewerten. Darüber würde ich mich wie immer auch sehr freuen. Natürlich genauso sehr, wie wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.